Ich verdiene mein Geld damit, Außenseiter zu sein. Ich bin gerne Außenseiter. Also der 20 Jahre alte Ferris würde mich jetzt überhaupt nicht bevollnehmen, weil der hat ja gerade die beste Zeit seines Lebens. Er ist jeden Tag am Feiern, ballert sich weg. Und dann komme ich, Ü40, der Weise, und sage ihm irgendwie so, hör mal zu, mach mal so und so und so, sonst passiert das und das und das und jenes so. Der würde mich nicht vervollnehmen. Und ich würde dann sagen, so, ey, was soll ich ihm jetzt erzählen? Ich könnte höchstens zu ihm hinkommen und sagen, egal wie dunkel es wird, egal wie tief du fällst, alles wird besser. Ich wollte immer die Kontrolle verlieren. Ich wollte nicht in der Realität stattfinden und mich damit auseinandersetzen. Ich wollte einfach Glücksgefühle, eine schöne Zeit haben und mich nicht mit irgendwelchen Problemen beschäftigen. Wann ich sie wiedergefunden habe, kann ich dir nicht genau sagen. Allerdings kann ich sagen, dass das eine Extrem in das nächste Extrem sich gewandelt hat. Ja, wo ich dann zu der Zeit, die ich beschrieben habe, halt die Kontrolle unbedingt verlieren wollte, gab es dann einen Punkt, nachdem ich irgendwann clean war, wo ich Angst vor Kontrollverlust hatte. Ja, ich hatte damals überhaupt keine Angst vor dem Tod, wäre mir auch recht gewesen, im Rausch zu sterben. Dann habe ich schon irgendwie so hypochondermäßige Sachen mir angeeignet, wo ich bei jedem Wehwehchen direkt großes Blutbild gemacht habe, weil ich einfach auch Angst hatte vor dem Tod dann auf einmal. Und einen höllischen Respekt vor jeder Droge bekommen habe, ja, auch vor Cannabis, vor egal was. Und das ist so das Extreme daran, dass ich dann irgendwann die Kontrolle unbedingt auch beibehalten wollte und nie wieder einen Kontrollverlust haben möchte. Mittlerweile bin ich aber komplett entspannt. Ja, also ich blicke gar nicht regelmäßig auf diese Zeiten zurück. Es gab mal eine Phase, kurz nach den Entzügen, wo ich halt immer wieder das vermisst habe, und auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, scheiße, warum hast du so übertrieben? Wenn du nicht so übertrieben hättest, könntest du heute noch vielleicht immer deine kleinen Häppchen hier und da konsumieren? Nein, ist mir nicht gegeben, weil ich glaube, ich habe für 100 Jahre meinen Kontingent aufgebraucht, was Drogenkonsum angeht. Also konnte ich nur noch diesen Schritt gehen, einen harten Cut zu machen, weil sonst hätte es mir seelisch, körperlich und was weiß ich nicht gut getan und ich würde, glaube ich, hier nicht sitzen und darüber schreiben, sprechen und darüber berichten können. Es war irgendwie schwieriger, Fuß zu fassen, gleichzeitig aber auch einfacher, weil die Szene ja überschaubar war und das alles neu war, was wir entwickelt haben. Ich komme ja nun mal aus der ersten Generation von Deutschrap, was natürlich ein scheiß Wort ist, aber ist halt so, erste Generation und heutzutage ist der ganze Markt halt überfüllt, überlaufen. Es ist viel schwieriger heutzutage, ein Alleinstellungsmerkmal herauszukitzeln und darzustellen, weil alles ist gefühlt schon da gewesen und alles wurde schon zigmal ausgeschlachtet. Deswegen klingt Musik ja heutzutage auch so sehr häufig einfach gleich. Du kannst gar nicht mehr unterscheiden, wer ist hier wer, was, wie, so. Und andererseits ist es für die aber leichter, sich zu vermarkten und etwas zu produzieren und es ins Netz zu stellen, für eine breite Masse es zur Verfügung zu stellen. Und ja, somit kann man eigentlich auch dann nicht sagen, was war besser früher oder was war schlechter oder was ist besser und schlechter heute. So, also es hat alles Vor- und Nachteile so. Also ich bin schon immer genreübergreifend groß geworden. Egal welche Musikrichtung, es ging bei mir immer nur darum, fühle ich es oder fühle ich es nicht, finde ich es gut oder finde ich es scheiße. Und so mache ich das mit meiner Musik auch, die ich selber produziere und nach draußen bringe. Mir ist die Stilrichtung im Prinzip scheißegal. Hier geht es einfach nur darum, fühle ich es, ist es jetzt Elektro, ist es jetzt Crossover oder ist es reiner Rap. Scheißegal, ist Schlager. Wenn ich es fühle, bringe ich es raus. Weil ich in einem sozialen Brennpunkt groß geworden bin. Wir reden hier von den 90ern. So Anfang 90er, Ende 80er, Anfang 90er. Diese ganzen Möglichkeiten, die es heute ja gibt, die gab es damals ja gar nicht so. Es gab kein Internet oder dies oder das. Du konntest dich nicht so weit schlau machen. Du musstest einfach auf das zurückgreifen, was dir gegeben wird von deinem Lehrer, von deiner Mutter, von deinem Umfeld. Und das war halt dieser, das ging nicht über den Tellerrand hinaus. Das war eine kleine Bubble, worin man gelebt hat so. Das heißt, Kfz-Mechaniker, Friseurlehre, Verkäufer, so arbeitslos. Ja, Drogendealer. Irgendwie so dazwischen sind so deine Möglichkeiten. Weil Tinewa war damals auch in den 80ern bis Mitte 90er einfach ein Drecksloch, so perspektivlos. Und wenn du dann eine Mutter hast, mit der du seit deinem 16. Lebensjahr einfach nicht mehr unter demselben Dach leben möchtest, dann willst du Geld verdienen. Ja, im Endeffekt gab es zwei Leute. Einmal mein Musiklehrer, das war in der achten Klasse. Der war eigentlich der Einzige, der irgendwas in mir gesehen hat und mein Talent auch gefördert hat. Immer eine Eins gekriegt. Ich bin bei ihm dann in die Theater-AG sozusagen eingestiegen. Und der hat mich dann weiterempfohlen an eine Theaterleiterin. Die wurde staatlich gefördert und so weiter und hat halt noch jemanden gesucht für ihr Ensemble. Und hat mich dann gesehen bei einer Schulaufführung. Und ja, dann wurde ich sozusagen gescoutet von ihr. Und sie hatte Bock drauf und dann bin ich da eingestiegen. Und das waren so die einzigen zwei Personen, die, was die kreative Arbeit angeht, ob Musik oder Theater und so weiter, Schauspielerei, waren die einzigen zwei Personen, die mich gefördert haben. Ja, da kann ich ja nur eine Meinung kundtun, weil ich bin ja kein Politiker und auch nicht dafür zuständig. Ich bin zwar Namensgeber für den Kinderschutzverein sozusagen. Die kümmern sich um solche Sachen, um schwere Fälle, was Kindesmissbrauch angeht, ob seelisch, körperlich, alles so. Und ich bin auch der Meinung, dass das Jugendamt dafür zuständig ist, da mehr ein Auge drauf zu werfen. Meine Meinung ist halt, man macht für so viele Sachen, muss man eine theoretische Prüfung abliefern, eine praktische Prüfung abliefern. Wenn du ein Auto fahren willst, musst du Theorie, Praxis, wenn du einen Beruf erlernen willst, Theorie, Praxis. Du musst für die Schule lernen, büffeln, tun, machen, Prüfung schreiben. Aber du kannst einfach so, ohne Theorie und Praxis, kannst du einfach ein Kind in die Welt setzen. Und das ist meiner Meinung nach gefährlich. Wer setzt denn da überhaupt Kinder in die Welt? Und ist es gegeben, dass dieses Kind bedingungslose Liebe auch erfahren darf? Es geht gar nicht mal um den finanziellen Luxus. Es geht einfach darum, sind die Eltern fähig, dieses Kind zu erziehen, zu lieben und wohlbehütet aufwachsen zu lassen. Das ist so meine Meinung. Die Idee habe ich schon mal vor 20 Jahren in Texen ausgesprochen, dass ich das machen werde. Aber die Zeit war halt noch nicht reif. Und ich war vor 20 Jahren auch noch nicht mit meiner Frau verheiratet, die ja maßgeblich daran beteiligt ist, dass dieses Buch so wunderbar geschrieben wurde, wie es geschrieben worden ist. Es war ein ganzes Stück Arbeit, so. Mehr dann noch für meine Frau, so. Natürlich, sie hat es dann geschrieben. Ich habe die Interviews gegeben und wir haben miteinander, weil sie sind seit 10 Jahren verheiratet. Das heißt, sie kennt mich in- und auswendig, so. Und dann konnte man natürlich bestimmte Themen angehen und besprechen, die viel unbefangener waren und viel, wie soll ich sagen, viel emotionaler und viel näher beisammen, als wenn ich jetzt irgendeinen Schriftsteller, den ich nicht kenne, treffen würde und mit ihm das dann versuche, auf die Beine zu stellen. Da fehlt eine bestimmte Verbindung, die einfach zwischen meiner Frau und mir einfach da ist. Und es ist halt ein Unterschied. Ich hätte auch das Buch schreiben können, aber ich kann eher Songtexte schreiben, wo es mehr komprimiert geht um bestimmte Wortspiele. Aber sie hat halt ein super Talent, Worte filmisch umzusetzen. So, dass man halt, man liest es und man denkt, es ist ein Roman, aber es ist gar kein Roman. Es ist mein scheiß Leben, so, was da gerade autobiografisch dargestellt wird. Aber im Kopf beim Lesen spult ein Film nach dem anderen ab. Und das ist so meiner Frau geschuldet. Das könnte ich so nicht. Und deswegen bin ich ganz glücklich darüber, dass sie das gemacht hat. Und ja, das war eine super Zusammenarbeit. Die Herausforderung daran war, Kinderbetreuung. Mein Buch sollen wirklich alle lesen, die zum Beispiel Tommy Yowd gerne lesen. Oder das ist eine Mischung aus Trainspotting und Fear Losing Las Vegas. So, alle Sachen, die so Irvine Welch zum Beispiel geschrieben hat. Ich glaube, das fließt alles so ein bisschen thematisch mit in meinem Leben ein. Nur, dass das natürlich Romane sind, von denen ich da gerade geredet habe. Aber bei mir ist es autobiografisch und es ist mein Leben, was da beschrieben wird. Es ist wirklich facettenreich und es ist sehr krass. Der Rest im Buch. Alright. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.